Vichitrasana ist die vielfarbige Stellung. Vichitra heißt vielfarbig, bunt und schillernd. Raffaela zeigt, wie es geht. Halte die Fußsohlen zusammen, hebe die Füße etwas hoch, fasse mit den Händen um die Füße, falte die Füße und strecke die Daumen nach oben aus. Gebe die Fasen dabei auf den Scheitel. Schaue zum Punkt zwischen den Augenbrauen. Das ist Vichitrasana, die schillernde Stellung. Das ist Vichitrasana, die schillernde Stellung. Das ist Vichitrasana, die schillernde Stellung. Das ist Vichitrasana, die schillernde Stellung.